Hallo Freunde, ich grüße euch. Wir möchten uns heute mal wieder so ein bisschen mit den Endspielen beschäftigen. Das haben wir jetzt schon ein, zwei Tage nicht gemacht. Und man muss ja immer dranbleiben, damit der Wiederholungsfaktor nicht verloren geht. Turmentspiele allgemein, da haben wir schon so ein paar Grundsätze aufgestellt. Turm immer aktiv spielen, möglichst auch den König aktiv spielen, überhaupt aktiv spielen und dabei auch noch im Optimalfall gegnische Aktivität einschränken. Ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Wir schauen uns mal diese Stellung hier an. Die bildet nämlich ein wunderschönes Beispiel, dass wir neben der Turkmenistan-Regel auch noch eine kleine weitere Regel, naja, nicht einführen. Ich habe sie auch schon öfter erwähnt, aber ein wunderbares Beispiel dafür. Nun, wir schauen hier erstmal auf die Stellung und sehen natürlich hier zwei Doppelbauern. Hm, nicht ganz optimal für Schwarz. Dafür hat er ja die offene F-Linie und droht hier vielleicht mal auf der zweiten Reihe einzudringen. Und jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, ja, komm, dann lass uns doch hier mit Turm D2 den Einbruch hier verhindern. Hm, verhältnismäßig passiv spielen. Hm, ist nicht das, was wir wollen. Oder, naja, ist zumindest nicht das, was wir unter Aktivität verstehen. Hm, und mit diesem Beispiel hier, mit der Zugfolge, die jetzt kam, ihr könnt natürlich auch selber kurz reingucken, wird ein Leitsatz auch in diesen, gerade in Bauernendspielen oder in diesem Turmendspielen mit Bauern, ähm, nämlich die Qualität ist wichtiger als die Quantität. Was meine ich damit? Wir haben sechs gegen sechs Bauern hier, hm, aber wir werden gleich sehen, dass die weißen Bauern von der Qualität her, äh, höher zu bewerten sind. Warum? Weil sie weiter vorne sind und damit näher am Umwandlungsfeld sind und damit entweder die schwarzen Figuren zur Passivität zwingen, hm, oder vielleicht sogar, dass der gegnerische Turm sich opfern muss oder wie auch immer. Aber wie soll das hier aussehen, ne? Wie kriegen wir jetzt hier Bauern nach vorne? Und da hat der Weiße hier den schönen Zug gespielt, D4, B5. Es droht, auf C6 zu schlagen und dann hier mit Turm D7 schon reinzukommen. Das sieht sehr aktiv aus. Bleibt also für Schwarz nur das Schlagen auf B5. Und, äh, so ein Zug ist vielleicht schwierig zu spielen, weil man denkt, oh, die beiden Bauern sind hier schwach, die kann ich irgendwie angreifen und erobern, ne? Beispiel vielleicht mit dem Turm hier oder so, ne? Das ist aber alles sehr, sehr langsam, weil der König auch entsprechend dran steht. Aber B4, B5 hat eine Idee. Schwarz schlägt diesen Bauern. Und jetzt ist es eben ganz, ganz wichtig, zu wissen und zu ahnen und so weiter, dass wir, ähm, natürlich dieses Feld D7 für unseren Turm, vielleicht als Einbruchsfeld, mal, mal planen. Deswegen spielt Weiß hier den überraschenden Zug, D4, D5. Jetzt haben wir tatsächlich einen Bauern weniger. Einen Bauern geopfert im Turm-Spiel. Aber wir versuchen, die Aktivität zu erhöhen. Wir möchten mit unserem Bauern jetzt nach C6 gehen, um eben entsprechend das Einbruchsfeld zu haben. Okay, wir haben einen Bauern weniger und der Gegner hat auch noch einen aktiven Turm. Iuiui. Ist das denn alles so richtig? Und ja, wir werden gleich sehen, dass dann die Qualität der Bauern doch, äh, ein wichtiger Faktor ist. Wir spielen nämlich jetzt C5, C6 und drohen mit Turm D7. Ja, und dann droht vielleicht der C7 hier verloren zu gehen. Und dann sehen wir, dass dieser C-Bauer auf einmal schon den Marschaltstab im Turnister hat, hier kurz vor der E-Linie steht, ja? Und dadurch sehr, sehr gefährlich ist. Während die schwarzen Bauern noch verhältnismäßig weit hinten stehen. Nun, schwarz, Spielturm E2, um vielleicht den E3 zu schlagen, ja? Mit Schach, mit Tempo und sich damit hier auch selber einen Freibauern zu bilden. Okay. Ähm, wir geben der Schach. Keine Frage. Und jetzt ist schon mal so eine praktische Komponente. Denn schwarz muss sich jetzt entscheiden. Bleibe ich hier unten auf der Grundreihe, vielleicht in der Nähe irgendwie dieses Umwandlungsfeldes, damit ich da mit meinem König noch hinkommen kann. Oder, also, ähm, auf der Grundreihe bin ich dann aber auch eben entsprechend abgeschnitten auf der 7. Reihe. Das ist das Risiko, ja? Ähm, oder gehe ich hier raus, verstecke mich in Anführungsstrichen, ja, gegen Turmschachs und so weiter. Bin auch sehr weit weg, dafür aber vom Umwandlungsfeld. Ja, das, äh, sind die praktischen Entscheidungen, die man den Gegner stellt. Und der muss sich ja mit jedem Zug immer wieder, wieder neu entscheiden. Und hier muss er eine Entscheidung treffen, die langfristig ist. Und, ja, einmal in die eine Richtung gegangen, komme ich nicht mehr in die andere. Der Gegner ging nach E8. Und, ja, ratet was? Das war nicht so gut. Hier nach F6 rauszugehen, um eventuell selber noch irgendwie aktiv zu werden, ja, notfalls auch einen Bauern opfern oder zwei. Ähm, aber eben mit dem König notfalls aktiv werden zu können, wäre die bessere Wahl gewesen. Aber das weiß man immer erst später. Hier versuchte der König in der Nähe des Bauern zu bleiben. Wir schlagen diesen Bauern. Und jetzt sehen wir einfach, dass wir einen Qualitätsbauern auf C6 haben. Klar, dieser Bauer fällt mit Schach. Ja, aber jetzt kommt ja wieder diese Turkmenistan-Regel. Und jetzt sollte es relativ klar sein, wo wir mit dem König hinwollen. Wollen wir passiv spielen, hier zurückrennen, um möglichst hier Turm E2 zum Beispiel zu verhindern, ne? Oder wollen wir bald aktiv spielen, hier Richtung, Richtung B4, vielleicht nach C5 und von hier aus diesen Bauern unterstützen. Und, ja, wer ein bisschen Gespür für Turmenspieler hat, weiß, dass wir einfach aktiv spielen wollen. Und deswegen spielen wir König B4. Ja, das wird im Zweifelsfalle, würde das hier weitere Bauern kosten. Aber auch dann sind wir wieder, ne, vom Prinzip, die Qualität ist höher als die Quantität. Denn dieser Bauer hier ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark. Und deswegen versucht Schwarz gar nicht erst auf Bauernjagd zu gehen, sondern erst mal seinen König anzunähern. Das macht durchaus Sinn. und wir retten unseren Turm, bleiben natürlich auf der siebten Reihe. Jetzt sagt die Engine, Turm D7 wäre sogar noch stärker gewesen, mit der Idee, weil wir mussten ja unseren Turm hier sowieso wegziehen, ja? Und hier auf A7 steht er gut und auch weit weg vom König, was sicherlich der Beweggrund für Weiß war. Hier auf D7 steht er aber natürlich auch noch erst mal gedeckt von einem eigenen Bauern. Das heißt, wir gewinnen ein wichtiges Tempo, um, wenn der König zieht, dann unseren König zu aktivieren. Und jetzt müssen wir mal gucken, das wird gleich in der Partie so ähnlich laufen. Wir haben die Option, hier auf D5 diesen Bauern zu schlagen oder wir haben die Idee, den König zu aktivieren, entweder nach D6 oder nach B6. Dann hoffe ich, dass ihr vielleicht schon mal von diesem Regenschirm-Motiv gehört habt. Nämlich, dass der König sich im Zweifelsfalle hinter dem gegnerischen Bauern versteckt, diesen Bauern als Regenschirm gegen Schachs auf der B-Linie nutzt. Und dann steht der König auf B6. Und dann haben wir hier, ich höre es mal eben nur zu optischen Zwecken aus, dieser König, hat zwei Felder. Dieser Bauer hat zwei Felder. Das heißt, hier sind schon mal vier Felder von der Grundreihe, ist schon eine Art Grundreihen-Matt. Das heißt, der Turm kann hier vielleicht mal nochmal so, hier schön wegziehen und dann droht er auf einmal ein Grundreihen-Matt, weil die beiden hier natürlich super zusammenspielen. Und dann sehen wir, dass dieser C6-Bauer natürlich ein Qualitäts-Bauer ist. Als Beispiel, um das abzuwehren, müsste Turm D2 kommen. Und dann sind diese Übergänge mit diesem super, super aktiven König in diese gewonnenen Bauern-Endspiele doch relativ leicht. Und jetzt König B7, um das Umwandlungsfeld zu kontrollieren, einzuwandeln mit Schach und dann die gesehen. Schwarz hat zwei Bauern mehr, aber die Qualität des Bauern, der auf C6, ist eben deutlich höher. Okay, Turm A7 kam aber in der Partie. Und es kam Turm E2, wieder mit Doppelangriff auf beide Bauern. Und jetzt ahnen wir bereits, was weiß macht, nämlich mit dem König nach vorne, nach C5 laufen und diesen Bauern hier auf dem Brett lassen, als Regenschirm benutzen. Der Bauer ist weg. Und jetzt sehen wir, ja, jetzt hat Schwarz hier, ups, Schwarz auch, zwei Freibauern, aber sehr weit hinten im Vergleich zum weißen König und zum weißen Bauern. Und, ja, wir sehen einfach, das ist der Riesenunterschied, Qualität in Quantität. Und dass dieser Bauer jetzt hier mehr oder weniger schon fast durch ist, ich glaube, das kann man, kann man erahnen. Schwarz schlägt noch den weiteren Bauern. Wir geben ein Schach. So, jetzt könnten wir natürlich hier auch schon direkt vorziehen, ja. Das ist immer so ein kleines, hm. Klar, wenn der König hierhin ginge, dann käme Turm A8 Schach. Der Bauer ist gedeckt. Der König müsste raus, dann könnten wir mit diesem alten Indianatrick Turm D8, der ist gedeckt vom Bauern, den König wegtreiben und umwandeln. Hier in dem Fall können wir natürlich auch direkt umwandeln mit Schach. Aber oftmals steht ja hier so ein Turm, dann ist dieses Turmschach hier ein guter Trick. So, also König C8 geht schon mal gar nicht. Und was passiert auf König hier auf D7? Dann können wir hier eben König, äh, Turm A8 spielen. Jetzt droht D7, C8. Und wenn wir Turm C2 spielen, um das aufzuhalten, dann kommt eben unser Indianatrick. Und dann muss der König weg. Und dann geht der Bauer durch. Und dieser Bauer hat jetzt diesen Turm gekostet. Ja, und dass dieser König jetzt hier natürlich auch schnell genug dabei ist, ähm, alle Bauern aufzuhalten, ja, das sehen wir gleich so ähnlich, sehr ähnlich wie in der Partie. Ähm, in der Partie folgt aber erst das Schach. Ja, okay, dann muss der König auch direkt weg, was weit weg vom Umwandlungsfeld ist quasi, ja, kommt aufs gleiche raus, mehr oder weniger, denn C7 droht einfach C8, ja, und auch Turm C2. Da haben wir geholt. Ja, und jetzt sehen wir einfach, weiß, hat mittlerweile vier Bauern abgegeben für den Turm, aber die Bauern sind noch verhältnismäßig weit hinten. Und wir sehen, dass natürlich das Zusammenspiel von König und Turm, ähm, ja, problemlos diese Bauern aufhält, ja, der König rennt hinterher. Jetzt wird die B-Linie geräumt, damit der Turm eben entsprechend hierhin nach B8 kann, sprich, wenn jetzt B2 kommt, das kam auch in der Partie, dann komme ich natürlich zu Turm B8. Und jetzt sehen wir einfach, die Route des Königs, die ich gewählt habe, ist eben ausreichend, dass ich jetzt nach D3 komme und dann im Zweifel 2 nach E4, ja, alle Bauern blockiere, bis sich Schwarz hier und Freibauern gebildet hat. Das dauert ewig und vor allem, der Schwarze König wird nicht aktiv werden, ja, der kommt hier nirgendwo rein, weil unser König den hier abblockt. Genau, und deswegen hat Schwarz hier aufgegeben. Turm in Spiele, Freunde, die Qualität ist wichtiger als die Quantität. Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne Links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.